Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 3. April 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1177 1177 und ja, die Stimme ist wieder da, mehrheitlich zumindest, und auch sonst geht es wieder ein bisschen besser. Deshalb ab jetzt wieder ein bisschen mehr von diesen Dailies. Holz anfassen, hoffe ich doch schwer. Heute mit den Themen Xbox, YouTube, Ikea, Oppo, AVM und HomePod. Und ja, das eine oder andere News-Themchen, das ich hier drin habe, ist nicht von gestern und oder heute, weil ich war ja kurzzeitig weg von diesem News-Dingens und habe da ein bisschen was zusammengesammelt und das, in Anführungs-Schlusszeichen, Wichtigste für euch mitgenommen. Etwas, was mich sehr freut, ist, dass der Xbox Game Pass, der ja ein No-Brainer ist, auch wenn er ein bisschen teuer geworden ist in letzter Zeit, einen Familienplan bekommen soll. So soll es bald möglich sein, dass bis zu sechs Personen im gleichen Haushalt auf die Dienste zurückgreifen können. Wie cool ist das denn? Das war ja sonst schon cool, aber jetzt mit der Familie natürlich noch einen Ticken besser. Bald könnt ihr uns auch schon auf YouTube hören. Der oder eine oder die andere wird sich jetzt fragen. Das gibt es ja jetzt schon. Nutzt zwar niemand, aber ja, die Daily gibt es auch auf YouTube. YouTube will eine Podcast-Plattform werden und seinen visuellen Content durch Audio-Content anreichen. Man möchte eine Abspiel-Plattform für Podcasts bieten und da dem Podcaster und der Podcasterin eine Plattform bieten. Was soll man hier können? Ja, Dinge, was man halt so auf diesem Podcast-Zeugs kann. Man bekommt einen richtigen RSS-Feed. Oh, Google kann das also, weil ja, der Google-Podcast-Podcatcher kein RSS kann und oder. Nicht richtiger Podcatcher ist, weil er nicht auf RSS… Aber lassen wir das Thema, machen wir es nicht auf. Was will YouTube hier noch mehr? Zum einen möchten sie richtig gute Statistiken zeigen. Das können sie natürlich schon von YouTube der Videoplattform her. Dann möchten sie aber auch noch eine Werbemöglichkeit bieten. Auch das, das können sie und ich glaube, das könnte was werden mit YouTube und Podcasts. Denn zum einen hat es YouTube im Griff mit der, wie heisst das, Untertitelung, mit der Bevoice… Ach mein Gott, hilf mir doch kurz. Diesem Text-to-Speech oder Speech-to-Text oder wie auch immer. Also die Möglichkeit, das Ganze zu transkribieren, jetzt ist es gegangen. Zum anderen hat es eben YouTube im Griff mit der Monetarisierung von den Einheiten. Und hier kann man natürlich einfach das Ganze noch ausweiten und somit wird sich da auch der eine oder die andere, der da Geld reinschmeisst, also Firmen vor allem, sicherlich einfach noch das Häkchen für Podcasts setzen und schon ist man da mit drin. Ich bin da sehr gespannt, was YouTube bringen wird. Und dann geht es gleich weiter ein bisschen mit Google. Nämlich geht es um Google Home und es geht um die IKEA-Jalousien. Weshalb bringe ich das jetzt? Ja, die können jetzt endlich miteinander. Bis jetzt konnte ich nur mit der Apple-Sprachassistenten-Frau und oder Mann das Ganze steuern. Jetzt geht das auch über die Google-Schnittstelle, also über Google Smart Home, über die Google Home App. Das ist toll, vor allem weil in dieser Woche noch so ein Teil bei mir ankommen wird. Da habe ich ein kleines Projekt, das ich dann da im doch.gipsi.ca-Blog mit euch umsetzen möchte. Besser gesagt, mit meinen Töchtern und ihr könnt euch daran partizipieren. Euch das Ganze mal ein bisschen anschauen, was wir da vorhaben. Und da kommt uns das auf jeden Fall gerade recht. Dann habe ich auf dem pogipsi.ca-Blog einen Testbericht veröffentlicht. Zum OPPO 5G-Router, dem CPE T1A 5G. Was für ein bescheuerter Name. Aber ja, das haben ja viele dieser Hersteller. Das Produkt selber ist ein tolles Produkt. Es schaut gut aus, es ist schnell, es funktioniert und tut und was will man noch mehr. Es kann nicht so viel wie eine Fritzbox und nicht so viel wie meine 5G-Fritzbox. Aber es ist auch eine andere Preisklasse und oder es ist auch ein anderer Einsatzzweck, würde ich mal behaupten. Und gibt es aktuell nur mit Abo und nur bei Sunrise, muss man vielleicht auch dazu sagen. Bei Fritzbox bleiben wir gleich mal. Da hat nämlich die LTE Fritzbox, die 6890 LTE, welche hier im Büro unter anderem auch das Internet zur Verfügung stellt, die hat ein Update bekommen, wenn man sich der Laborversion bedient. Da kann man jetzt nämlich die WireGuard VPN Unterstützung nutzen. Da freue ich mich schon drauf, das Ganze auszutesten. VPN direkt auf dem Router, somit sind all die Geräte, die hinten dran sind, einfach und gut geschützt. Weiter geht es mit, habe ich noch ein Thema, genau, der HomePod. Der spricht nämlich seit der letzten Woche Schweizerdeutsch. Seit der vorletzten Woche gibt es den auch für die Schweiz zu bestellen, egal in welcher Farbe es da gibt. Weiss, Blau, Orange, was war da noch, Space Gray, Gelb war noch mit dabei und eben Weiss. Weiss habe ich schon aufgezählt. Das sind ein paar verschiedene Farben und die können eben jetzt mit dem neuesten Update auf 15.4 auch mit der schweizerdeutschen Sprache umgehen. Und ja, es funktioniert sogar. Nicht alles und teilweise muss man ein paar Anpassungen machen, vor allem im Bereich Smart Home mit den Benamsen von den Geräten. Aber dann funktioniert das Ganze recht gut. Zumindest mit meinem Kauderwelsch, was sich Schweizerdeutsch nennt, dass ich manchmal spreche, wenn ich hier nicht gerade in dieses Podcast-Mikrofon versucht im Hochdeutsch spreche. Ein ausführlicher Testbericht wird im Laufe dieser Woche noch zum HomePod Mini online kommen. Aber dazu dann zu gegebenen Zeit mehr. Das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Jetzt gehe ich aber gleich wieder in Stimme schon, denn es geht schon langsam wieder in Anschlag. Deshalb euch noch einen schönen und wunderbaren Tag. Startet gut in die Woche. Wir hören uns. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.